Hier sind wir nun, unter den Wurzeln der großen Weide, die diesem Land einst Leben schenkte. Ich wusste es einfach nicht, Uri. Ich habe nicht erkannt, dass der Verfall bis ins Herz von Niven vorgedrungen war. Aber im Angesicht des Übels hat sich Tok zurecht gesorgt. Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück bei den Junkie Monkeys. Ich bin die Kitty und wir zocken weiter. Ori and the Will of the Wisps. Ja, und wir... Das ist nicht an der Decke, es ist hier an der Seite, aber wir gehen trotzdem einmal durch. Trauerkamm sind wir jetzt. Okay, alles klar. Wir sind jetzt am Trauerkamm, wie auch immer. Oh, oh, das war nicht gut. Ja, kann einem das vielleicht mal einer sagen? Geh nicht da runter, da wirst du sterben, oder sowas. Hier ist ein Hebel. Soll ich den jetzt schon tätigen? Ist das eine gute Idee? Ich glaube, ich habe gar keine andere Möglichkeit, wa? Oh, scheiße. Oh, lol. Okay, der erste ist weg. Ja, toll. Freunde der Sonne! Und der zweite ist auch weg. So. Und da kommen die Nächsten. Moment. Ich würde gerne mal eben kurz... Mal eben kurz... Mal eben kurz... Loll. Scheiße. Oh, scheiße. Könnt ihr schießen? Nee, ne? So, einer ist schon mal weg. So, und der zweite. Jetzt kommt noch einer. Oh oh. Oh oh. Links oder rechts? Okay, links bringt mich nach unten, rechts bringt mich nach oben. Wir gehen jetzt mal links lang. Allein weil ich wissen will, wo es hier hingeht. Ist hier unten jetzt was oder ist hier nur komischer Nebel? Ich glaube, hier ist nur Nebel. Ist wahrscheinlich nachher für den Rückweg. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt. Ich habe nämlich in der letzten Folge gesehen, dass ich ein bisschen echt übersteuert habe in den letzten zwei Folgen wahrscheinlich dann. Ich glaube, ich habe gerade was übersprungen. glaube ich. Hä? Hab ich was verpasst? Ich glaube, mein Spiel hat mich gerade zurückgeworfen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Darf man die Dinger nicht abschießen oder was? Wird man dann zurückgesetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe das Ganze noch mal. Okay, es funktioniert also. Ups. Aber Hammer, ey. Wurde ich auf einmal zurückgesetzt? Das ist mir ja dann... Wahnsinn. Hallo? Okay, ist auch ein Licht? Ich glaube, ich darf da reinkommen. Leute, wie soll ich denn da oben hinkommen? Das ist eine neue Fähigkeit erlernt. Und starte jede beliebe Richtung durch. Werde zu einem Projektil. Loll! Ist ja nicht wahr. Wie geil ist das denn? Mega geil! Alter, das werde ich auf jeden Fall behalten. Alter, wie mega geil ist das denn? Das war so klar, dass hier oben was ist. Alter, wie mega geil ist das denn? Ich liebe das. Oh, das ist ja sowas von mega cool. Einfach nur. Ich bin Projektil? Au. Das war nicht so cool. Ich bin ja nicht mehr weggekommen. Oh, oh. Mega geil einfach. Loll! Loll! Alter, hier kriegt man nur einen Schaden nach dem anderen. Das ist voll unfair. Das ist voll kacke. So, aber jetzt? Bin ich jetzt hier fertig? Muss ich jetzt hier zurück? Hätte ich hier gar nicht hingemusst? Ich glaube, ich muss eher weiter nach oben. Ich glaube, das Ziel war wirklich nur, dass ich das Ding entkriege. Das Bäumchen quasi. Achso, das war falsch. Aber ist mal aufgefallen, dass es keine Energie abzieht? Wie cool ist das denn? Bitte. Das ist so mega geil, einfach. Das zieht keine Energie ab, einfach mal. Ach, ist das schön hier. Ich muss rechts rüber. Oh, das war knapp. Jetzt muss ich einfach nur nach oben. Da war. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wer ist der geilste? Das sieht schon cool aus. Das sieht mega geil aus. Hammer. Okay. Ich geh noch mal raus und guck mich noch mal um. Kann ja sein, dass noch was auf der linken Seite ist. Oh nein, jetzt kommen die auch dahin, ja? Ach du Scheiße. Das Ende der Weide. Ja, so sieht das auch aus hier. Ach du Scheiße. Okay, wir gehen noch mal raus. Schade, hier ist nichts mehr. Hm. Ich wollte gerade sagen, haben wir die Sequenz jetzt noch mal? Aber haben wir nicht. Naja. Also alles etwas creepy hier, ey. Lol. Lol. Die kann sich nicht da festhalten. Und es gibt nur einen Weg dann darüber, heißt das. Lol, ich kann den... Ich kann mich! Ich weiß nicht wohin. Ich kann... Es ging nicht! Es geht nicht. Ich kann mich mit denen nicht wegbewegen, Alter. Ist das Scheiße. Guck mal voll die Augen. Habt ihr es gesehen? Es ist voll ekelhaft. Ja, ja. Ich hab euch auch lieb. Ja, ja. Toll. Okay. Leben. Leben. Leben ist erstmal wichtiger als alles andere. Dankeschön. Hier sind wir nun, unter den Wurzeln der großen Weide, die diesem Land einst Leben schenkte. Ich wusste es einfach nicht. Ich wusste es einfach nicht, Uri. Ich habe nicht erkannt, dass der Verfall bis ins Herz von Niven vorgedrungen war. Aber im Angesicht des Übels hat sich Tok zurecht gesorgt. Hör zu, für gewöhnlich lasse ich mir meine Dienste vergüten, aber in Anbetracht der Umstände geht das hier aufs Haus. Verbindlichsten Dank. Loll. Der bedankt sich bei mir, dass ich das kostenlos kriege? Okay. Loll. Ich habe alle Karten von Lupo gekauft. Was zur Hölle ist das bitte? Rankenherz. Das heißt, ich muss wahrscheinlich erst die ganzen Rankenherzen kaputt machen. Ach, du Scheiße. Ach, du heilige Maria, Muttergattes, ja. Okay, wenn ich da hänge, wenn ich, oh Moment, wenn ich hier reingehe, komme ich wieder hier hin. Das bringt mir ja, so gut wie ja, nichts. In anderen Worten, ich muss jetzt hier irgendwie wahrscheinlich entweder links oder rechts irgendwie hier hoch, auf jeden Fall. Also, was bist du denn? Nein! Achso, das ist das Ding, was mich wieder nach da unten führt. Ah, hier komme ich nicht lang, okay. Oh nein. Oh nein, oh nein. Okay, wir haben es geschafft. Oh nein. Ich wüsste aus allen Seiten beschossen. Aus allen Seiten. Von links nach rechts und wieder zurück. Ja, komm her. Oh. Toll. Oh ja, oh. Da kommt der Nächste. LOL! Der schießt sogar sowas. Ist das scheiße. Du bist echt scheiße. Du bist richtig scheiße. LOL, nee. LOL. LOL. Äh. Okay. Dann gehe ich halt erst da lang. Soll mir auch recht sein. Das geht wohl knapp, du. Ich komme da gar nicht lang. Das lässt mich gar nicht da rein, hier. Wie soll das funktionieren? Okay. Das kann gar nicht funktionieren. Oh doch, funktioniert. Okay. So, damit ist der Rückweg schon mal wieder gesichert, hier. Hallo. Oh nein. Wieso will ich da so ein Ding haben? Nein, wenn der da reinschießt, dann bringt mir das recht wenig. Warum bin ich eigentlich hier oben langgegangen? Kann mir das mal einer sagen? Jetzt schießen die im Dauertakt hier. Achso, ja stimmt. Genau das war's ja. Aber wenn der da reinschießt, dann schießt der nach da oben. Dann könnte ich vielleicht eventuell... Kann man die Dinger kaputt machen? Oder können die durch sich selbst durchschießen? Ich brauche noch ein paar mehr. Neu. Dankeschön. Zwei sind's. Okay. Hier gibt es noch ein paar mehr. Eins, zwei. Warum sind's nur zwei? Oh oh. Der geht schief. Oh, doch nicht. Das ist schon sehr interessant. Oh. Jetzt ist das nur noch einer. Aber die kann durch das lila nicht durchschießen. Das ist gut. Na, dann kann ich das jetzt... Na, das war... Das war falsch. Ah! Ja, 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 ich weiß. So, jetzt schießt der die ganze Zeit da so. Okay, jetzt schießt der die ganze Zeit von oben nach unten. Von oben nach unten. Von oben nach unten. Von oben nach unten. Das heißt, ich muss nach da unten. Ja, wie soll ich... Hahaha. Ich wollte gerade fragen, wie soll ich denn da runterkommen? Bitte, 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 bitte. Ja. So, und was bringt mir das jetzt? Oh leih. Okay. Warum ist denn da so ein schwebender Ball da unten? Muss das so? Ich will ja irgendwie noch, dass die Energiebündels da oben haben. Wo bin ich denn jetzt hier? Hallo? Ich sehe mich nicht. Lol. Ich glaube, ich hänge im Knoten fest. Ah, lol. Ich bin da oben. Okay. Bin ich da? Wo bin ich denn jetzt? Ach, da bin ich. Ah, hi! Da bin ich. Ja. 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 Okay. Not. Das gibt's doch nicht. Das ist so cool. Ich bin mein eigenes Projektil. Das ist so cool. Ich brauche eigentlich nichts mehr. Kein wildes Tier mehr, um mich irgendwie hochzuschießen oder sonst irgendwas. Ich liebe es. So, okay. Das heißt, ich habe einen von XY. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Stück. Okay. So. Ja, ja, chill mal. Wenn ich jetzt hier bin. Wenn ich jetzt hier bin. So, dann könnte ich mich da hochschießen. Ich muss mal an den... Ja, das hat's ja jetzt vollgebracht. Oh oh. Das ist ja so ein durchgängiger. Genau. Ach, scheiße. Und dann bin ich wieder da. Ach, ja, wenigstens starte ich jetzt von hier aus. Also, das ist schon mal ein Fortschritt. So, dann. Okay, was ist, wenn... Was ist, wenn... Nee, eigentlich müsste ich ja... Ich muss noch gar nicht da hoch, ne? Oder eigentlich schon. Oder ich mache erst die unteren. Das würde natürlich ein bisschen einfacher wahrscheinlich werden. Oder auch nicht. Wenn man sich das so anguckt. Das sieht zwar alles immer so einfach aus, ne? Ist es aber nicht. Okay, ich teleporte mich jetzt erstmal hierhin. Ich würde jetzt mal gerne aus Neugier wissen, wie viel ich jetzt schon erreicht habe. Aber okay. Okay. So, machen wir das noch. Und dann gehe ich mir jetzt mal das hier angucken. Was ist das hier? Warum hängt da so ein Ball in der Luft? Warum hängen überhaupt Ballbälle in der Luft? Auch im Hintergrund. Schon irgendwie gruselig. Läu, 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 läu. Moment, war das jetzt richtig? Ich hätte auch einfach da durchgehen, stimmt. Stimmt, ja. Jetzt ist die Frage. Kann ich auf den Dingern landen? Okay. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ist in Ordnung. Kann ich nicht. Okay, ich kann also nicht auf den Dingern landen. Hier rum geht es irgendwo mit Schleim, wo ich wahrscheinlich den Schleim auch nicht anfassen darf. Korrekt? Korrekt. Natürlich. Ich sag doch, es sieht alles immer so leicht aus. Aber den Ball darf ich anfassen. Ja. Na toll. Ich hätte gerne einmal den da. Es kann nur besser werden. Es kann echt nur besser werden. Ja, ich springe natürlich genau am falschen Zeitpunkt. Okay, Moment. Dann machen wir das jetzt mal auf X. Da komme ich gar nicht hin. Scheiße. Ja, es war so. Klar. Ich sterbe gleich. Alter, ich sehe es schon. Der nächste Sprung ist mein Todesurteil. Ja. 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 Oder der. Achso. Ups, habe ich vergessen gehabt. Ja, auch ich vergesse Sachen. Tatsächlich. Ich bin auch nur ein Mensch. Voll gruselig. Ich weiß. Ja, leck mich doch, ey. Geh doch. Ich will zum Leben. Achso, hoppsa. Nein, das war falsch. Ach, leck mich doch. Wie soll das denn funktionieren? Oh, Mann. Oh, lol. Wie soll das denn funktionieren? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Kann ich nicht einfach hier stehen, da? Und jetzt? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Okay. Da ist hundertprozentig noch irgendwas drin. War ich da? Ja klar, ist da noch was drin. Aber wie komme ich da hin? Ach, leck mich doch. So, der... Hahaha. Oh oh. Oh, oh oh. Oh, oh oh. Nett. Deswegen bin ich jetzt hier. No way. Ah ja. Ah, ich sterbe gleich. Okay. Oh, okay. So, das legen wir jetzt erstmal wieder auf X. Ja. So, und dann... Oh. Upsi. Gehen wir gleich in der nächsten Folge da hoch und holen uns das RZ. Ja. Das machen wir. Warum hab ich denn hier... Achso, weil das der Baum ist. Den wir hier haben. Okay. Aber dann haben wir schon mal den zweiten. Dann ist nur noch die Frage, wie wir hier rüberkommen. Oh Mann, ey. Bei da müssen wir auf jeden Fall auch hin. Da gibt es nämlich keine Möglichkeit, so wie ich das gesehen habe, dass wir da irgendwie anders hinkommen. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst es mich bitte wissen mit einem Daumen nach oben, einem Kommentar und ganz wichtig, einem Abo. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Nacht, was auch immer. Peace und bis dahin. Eure Kitty. Und da Conference drin. Eure senator Koffer, AufOH-Hinke. Und wenn ja, sie wel. And das habe ich zu probieren. Eure wärmesen. Warmeierin. viureben